So, ich könnte Salz gebrauchen Elisabeth, Salz Bitte Falscher Automat Ja gut Boah, falscher Automat Ja ok, komm Krabine, Panzerfaust, Präzisionsgewehr Komm, fahren wir rein So Maschinengewehr werden wir auch wahrscheinlich irgendwann wieder benutzen Dort halt Salz Unser Prophetvater Kamstock Kommandant der siebten Kavallerie Der Mann hat die siebte Kavallerie nicht angeführt Ich erinnere mich nicht mal an den Kerl Corporal DeWitt hat sich an diesem Tag tapfer geschlagen Ich glaub ich spinne Slate Bist du das? Du warst schon immer anders Nicht wahr, Bucke? Du begehrst keinen Ruhm Hör zu, ich sehe du steckst hier in irgendeinem Schlamassel Wenn du uns an dieses Schockjockeyzeug ranlässt, dann sind wir gleich wie... Der Blechsoldat Kamstock will unseren Tod Wir sterben nicht von seiner Hand Es gibt Ärger Meinen Männern bleibt nur die Wahl Tötet ein Blechsoldat sie Oder ein echter Soldat Einmal Zweimal Dreimal Und vier Nachladen Siehst du? Siehst du, du bist ein Killer, Bucke! Gib uns das Schockzocky! Wenn du die Kraft willst, Bucke, dann schenk meinen Männern den Ehrentod Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Peking Ernsthaft! So Jetzt muss ich mich auch noch durchtöten So, was haben wir hier? Nimm Salz Boah, ist ja schön Pistole, nö Tasche durchsuchen Äh, Pistole Was? Räute benutzen? Okay Ah, bleibt der Kasten Die Gesundheit ist voll Was haben wir hier? Kiste, okay Kiste durchsuchen So Oh, hier noch Sodass, Salz Ja Sehr schön Und ne Infusion So Genau das, was wir jetzt brauchen Oh ja Silberbaren Wow Und Lockpick Jetzt haben wir 10 Stück Entschuldigung 11 Stück So Wo geht es hier weiter? Ich versuche sie mit Verband Und Munition zu versorgen Aber es ist nicht immer das Richtige da Passt schon Gut Gut, gell Ähm So Gibt's auch ein Automat? Ja 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 So Ah, Apfischer So Oh, schon wieder Boost Und so weiter Karabiner Panzerfaust Präzision Magazinvergrößerung Nö Nicht das Richtige So So So, jetzt kommt 100% Pistole Karabiner Maschinen Panzer Schrotflinte Präzision Okay, wir haben volle Muni Volle Gesundheit Passt soweit Äh Elisabeth Geld wäre nicht schlecht Dann könnte ich mir hier Ein Upgrade kaufen Aber die Gute will anscheinend nicht wirklich Was? A Battle of Wanted Knee A Boxer Rebellion Schaut hier Was ist das? Der Boxeraufstand Was ist da passiert? In Peking? Ich war es, der die Stadt in Brand steckte Comstock erzählt natürlich etwas anderes Wow Ernsthaft Ich könnte irgendwie Pistole gebrauchen Moment, kann ich hier? Ja Ist zwar nur für Mitarbeiter Aber Egal Was gibt es hier? Ein Gong Karabiner Oh, Ausrüstung Hemd Skyline Genau, ich kann erhöht An Skyline Die Präzision von Waffen Vergleich Zeigen Zeigen erst mal Aktuell So, ich nehme die zwei Kann ich eigentlich Gucken Jetzt muss ich gerade mal schauen Kann ich irgendwie selber spielen? Normalkampftexte Aus Ein Steam Cloud aktivieren Ein Skyline Bedienfeld Ein Wie kann ich hier Tastatur Maus Gucken WS AD Leertaste Ducken Skandal Unkeln Okay Sprinten Gehen Benutzen Box Waffe Ja Kraftabfeuern Kimme und Korn Kraftmenü Waffe wechseln Nahkampf Exekution Nachladen 1 2 3 4 5 6 7 8 Navigation Hilfe N Spielemenü O Okay Ja Ja Ist ja auch Auf dem höchsten Punkt Alles So Ziele Da werden mir die Sachen angezeigt Okay Gucken wir mal Brennende Heiligen Ach Schauen wir mal Scharfrichter Will ich einmal Der letzte Mann Will ich auch Schauen wir mal Weiter Na Karabine Upgrade Möglich Burst Gun Feuerhackel Repetierer Schießeisen Shock Jockey Ladung Sog Zurück An Upsender Shock Jockey Ladung Okay Ah Okay Und das Sind Die Ganzen Vox Von Sachen Interessant Das Sind Unsere Ziele Nee Da kann Ich Nichts Auf Karte Markieren Und Sonst Was Okay Gut Ich hoffe Ich habe Soweit Meine Sachen Richtig Passt Oh Die Maus Läuft Schon Viel Schneller Jetzt Bisschen Bisschen Runterschall Mit der Sensibili Oben Müsste Gehen Nachladen Mit Waffen und mit Lügenhatsch der gelbe Mann geübt verrat Doch Büsste Erst Und es musste der Osten Den Zorn unseres Propheten kosten Mh Mh Oh das kenne ich aus Büchern Kommstack führte die Truppen Kolumbias nach Peten und Die Boxer haben mir mein Auge und 30 Freunde geraubt Gibt es dafür einen Gedenkstein Was Wo ist Fireman Oh Gott Der flogt weg Pounce Und Pounce Tja der ist down Interessiert mich ein Scheiß Wunderbar Sehen Sie mich Sehen Sie den Mann der Kommstack gerne wäre Ein echter Soldat Ich will das nicht Slade Gib mir einfach was ich brauche Bald Nachdem du dasselbe für mich getan hast Suche mich unter den Ghost Dancern Wer sind die Ghost Dancern? Wounded me Wir sollen zu dem anderen Exponat gehen Hört ihr Kommstocks Blechsoldaten Sie wollen uns zum Schweigen bringen Aber wir sind die wahren Patrioten Die Geschichte die nicht in ihre Bücher passt Pistole Gibt es hier Ah was haben wir Ration Essen Salze sind voll Muss mich immer noch dran gewöhnen Salze zu sagen Stativ Und dass es keine Little System mehr gibt für Atom Um Plasmide zu kaufen Finde ich auch ein bisschen schade Aber Es ist ja vor Rapture Komm raus und stell dich mir Was hast du zu bieten Wo bist du Da Ähm Und Kopf ab Eieiei Kommen Sie wieder Wenn Sie über Wahrschaft verfügen Mein Freund Äh So 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 Salz Okay hier gibt es nichts mehr Wie viel Geld habe ich? Reicht das vielleicht für ein Upgrade? So jetzt müssen wir ja hier rein Der Blechsoldat hat das Lob für die Taten der echten Helden eingestrichen Ihr Gefährte Miss Er schmückte sich am 29. Dezember 1890 mit Ruhm Wie meint er das? Das willst du nicht wissen Oh 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 Hat er sich jemand heimlich die Lorbeeren eingeheimst? Ohne groß zu kämpfen Vor allem bin ich gerade am überlegen Wow Ob Booker David mit Elizabeth zusammenkommt? Aber Ne das kann nicht sein Ich wollte gerade sagen Und dann ein Kind zeugen Dass dann Andrew Ryan wird Aber er heißt ja David Ne Panzerforst Und sie Warte mal Hosen Masterschutz erhöht denn Boah Zichern Einmal nachladen Das wäre echt der Hammer Wenn er Und sie dann Andrew Ryan Zeugen wirken Das würde eigentlich nicht Aufgehen Sie Sie waren dabei Bei Wounded knee Ich sehe es ihnen im Gesicht an Sag's ihr Booker Sag ihr wie wir wie die Helden von Sparta Übers Schlachtfeld schritten Ich höre noch die Schreie Hört Comstock sie auch Hier ist der Soldat Von dem ich sprach Der Sprachmann Der kommt nach Boden zu sein Sehr hab ich erreicht habe So Super Ich hab wieder Mummi Eins Zwei Wo Drei Yo Und Ginnigbruch Sack Doppeltes Lattchen Komm schon Komm schon Komm schon Eins Zwei Das war eine gute Tat Sie starben wie Männer Ich hab nicht umgebeten Ich hab nichts gegen diese Männer Helden fragen nie Ich hab nie gesagt Ich bin ein Held Was bist du dann Nimmt man alle Teile von Booker David Die du auslöschen wolltest Was bleibt dann Komm zur Rotunde Es ist bald vorbei Was hat Slade gemeint Was wollten sie auslöschen Jetzt wo du aus deinem Käfig raus bist Merkst du vielleicht Dass er seine Vorteile hatte Es ist immer besser Eine Wahl zu haben Mr. DeWitt Egal was dabei rauskommt Ja Und was ist Wenn du eines Tages merkst Dass deine Wahl dir nicht gefällt Hm Gute Frage Aber wie Andrew Ryan schon sagte Ein freier Mensch entscheidet Und ein Sklave gehorcht So Oh Das ist eins Gut Ähm Da Oh Speichern Ich bin gespannt Ich habe was ihr braucht Booker Ihr findet mich hinter dem Denkmal Der First Lady Ähm Und Ja Weiter schießt Komm Komm So Toren Und Geld Nochmal Geld Man kann über Lady Comstock Sagen was man will Sie hat ein Auge für Mode Halt 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 Müssen wir wirklich da lang Oder müssen wir hier lang Ich muss das mal schauen Okay Wir müssen wirklich da lang Wir First Lady Tatsächlich Ihr wisst jetzt was Comstock mit meiner Geschichte gemacht hat Seht nun wie er die eigene gefälscht hat Nehmen wir mal das ganze Geld an uns Hier ist etwas Geld Oh Danke Danke Ah Booker spricht mir irgendwie hier aus der Seele raus Trotz dass er irgendwie zynisch ist Mag ich ihn irgendwo Der Spross des Propheten war nur eine Woche lang im Bauch unserer Lady Comstock hatte ein Kind? In meinen Büchern stand nichts von einem Kind Ausgerechnet die Stelle fehlte? Das war wohl kaum ein Zufall Doch das Kind erkrankte Und unsere Lady betete Tag und Nacht dafür Hm Hm Das war wohl kaum ein Zufall Das war wohl kaum ein Hauses Und das war wohl auch ein Zufall